Hallo liebe Cannstatterin, ich grüße euch im Dezember 2017 und heute möchte ich zeigen, was 2017 im Dezember getragen wird. Es ist eine sehr schöne Zeit, die auf uns zukommt, mit vielen Geschenken, mit vielen Glitzer und Weihnachtsbaum und an diesen Tagen feiern wir mit unseren Freunden, mit Kollegen und Familie und möchte natürlich besonders schick aussehen und samtig und anzufüllen. Und jetzt kommt Samt im Spiel. Diese Saison im Winter haben wir wieder Samt in Mode. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele. Sie können sehr schön umspielen. Schwarz tragen, es gibt einen schönen Muster, blau mit Ausbreitung, so kriegen Sie dieses Muster. Wenn Sie Spitze mögen, kriegen Sie aber dieses Kleid mit einem schönen offenen Rücken. Für Frauen mit roten Haaren haben wir einen wunderschönen Sand im Grün. Und für besonders dramatischen Auftritt ein bodenlanges Kleid mit aufwändiger Stickerei und Blumen. Und das ist noch die Darnis. Sie können passend zu Ihren Kleidern auch Schuhe tragen, die sind zum Beispiel im Blumen. Und das können mit diesem Kleid wunderschön kombiniert werden. Aber wir haben für Sie auch was Cooles vorbereitet. Tatsächlich Schuhe im Sand mit ganz coolen Motiven drauf. Natürlich in Modefarbe der Saison. Ich freue mich auf euch im Januar und wünsche Ihnen wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch und gesundes neues Jahr 2018. Saison. Säusein